Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit, doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Doch Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Stärken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.